Tonight, the light of loving in your eyes, when will you love me tomorrow? Es ist unmöglich, dass das Dinner, das Silja vorbereitet hat, es ist unmöglich, ohne, ohne, ohne Wein ist das unmöglich, ja. Oh ja, Wein? Möbelpolitur, alles Möbelpolitur, wissen Sie? ...so... Mrs. Warden, Mister Chessel. Ja, und Mr. Warden, Misses Chessel. Oh mein Gott. Amen. Lass mich mal ein, wir haben doch nicht etwa Ihr Schlafzimmer belegt? Nein. Nein! Nein! Was er heißt ist... Wir haben uns noch nicht entschieden, welches Schlafzümer wir hier in jedem Jahr. Bleiben Sie bitte einfach da, wo Sie gerade sind. Humphrey, findest du nicht er? Er ist doch ein furchtbar schneller junger Mann. Schuss! 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 Warum setzt sich das Gesicht nicht und ich serviere Ihnen sofort das Dessert! Ja, es ist. Gerren ist ein völlig vernünftiger junger Mann! Schuss! 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 Ich bin gleich wieder zugegangen. Ich bin gleich wieder zugegangen. Ich bin ein Mann. Ja, ich bin ein Mann, ja. Oh ja, du bist einer. Komm her. Ja, das seht ihr. Also so ein Zufall. Und so sind wir hier, alle zusammen auf derselben Stelle, zur selben Zeit. Mensch, glücklicher Zufall.